Hallo mein lieber Alex! Du bist hierher. Ich denke mal, du kennst mich noch. Haha, witzig, ne? Pass auf! Ich habe zu deinem gewissen eigenen Projekt gestartet, wo du nicht so viel draus mit ihm eröffnet habe. Aber okay. Du hast drei schriftliche Glückwünsche bekommen. Eine Audiodatei, drei Videos und am Ende kommen noch Grüße von mir und vom lieben Jannis aka NecrosLP. Also, schaut ihr dieses Video bitte bis zum Ende an, ja? Viel Spaß dabei! Ja, Alex. Alles Gute zum Geburtstag wünsche ich dir. Feier schön und... Ja, hab Spaß! Es ist dein Tag! Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag, Alex. Feier schön. Ja, hallo Alex. Ich wünsche dir alles, alles Gute zu deinem Geburtstag und noch viel Erfolg in deinem Leben und was man einem sonst noch so zum Geburtstag wünscht. Und lass dich noch schön feiern. Alex, 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 Alex! Alles Gute zum Geburtstag und so und lass dich gleich geschenken und du bist jetzt 19 und so und... Ja, nächstes Jahr wirst du 20, was so eine schlaue Erkenntnis nicht war. Und ja, feier schön und so, lass die Sau raus. Kassier ordentlich Geschenke und so und lass dir einmal von Sira durchs Gesicht schlabbern zum Geburtstag und... Ja, viel Spaß noch! Ciu-Ciu von Amina! Hallo Alex, hier, NecroZB. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich wünsche dir, dass im kommenden Lebensjahr alles zum Besten wird und einfach, hey, ich finde dich cool, Mann. Was ich noch nicht mehr erwähnen möchte, neben dem Happy Birthday für dich, Alex, er hat gerade die Daumen hoch gehalten. Das konntest du leider nicht sehen. Ich glaube, ich mache nur auch ein Foto davon und tue es mit ins Video. Und ich wünsche dir auch alles, alles Gute zu deinem 19. Geburtstag, du olle Pottsau. Lass dich schon beschenken. Trink nicht so viel. Back keine Kekse, das haben wir schon gemacht. Und ja, ich würde jetzt am liebsten Happy Birthday singen, aber das mache ich lieber persönlich, wenn ich dich endlich mal treffe, du Pottsau, du olle. Ob dich lieb, ne? Also, feiern auch schön.